Die Herausforderungen, die mit einer kreativen Freundschaft einhergehen, können manchmal wirklich intensiv sein. Wow! Hallöchen, Luise Heinzel hier. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zur leider letzten Episode der kleinen Miniserie über Techniken mit den Ranger Distress Paints, die ich gemeinsam gestaltet habe mit Mali's von Mali Design. Wir hatten uns vor einiger Zeit hier bei mir getroffen, um ein paar Videos aufzunehmen für euch und da sind auch unter anderem diese drei kleinen abstrakten Kunstwerke entstanden. Falls du diese Serie verpasst hast, findest du eine Playlist verlinkt unter diesem Video, wo du nochmal alle Videos anschauen kannst, die zu dieser Serie dazugehören und da kannst du auch sehen, wie wir diese drei Dinger hier gemacht haben. Ja, und heute stehe ich vor der Herausforderung und Mali's genauso, aus diesen drei Teilchen etwas Besonderes zu machen und sie sozusagen zu vervollständigen. Wie du hier sehen kannst, passt eins der drei Teile nicht so ganz ins Konzept. Dieses Teil ist ein Teil von denen, die Mali's gestaltet hat. Ich erkläre das kurz. Wir hatten zuerst jeweils drei von diesen kleinen Pappstückchen vor uns liegen, die wir gestaltet haben und hier in der Mitte, wie du siehst, fehlt eins, was da ins Gesamtbild passt von diesen zwei, oder? Das liegt daran, dass wir jeweils eins ausgetauscht haben, als Mali's wieder nach Hause gefahren ist. Das heißt also, dieses hier ist eins von ihren dreien und sie hat das mittlere da von meinen dreien. So, dass ich jetzt mir denke, das muss hier jetzt irgendwie so zusammenkommen, sodass das irgendwie Sinn ergibt und ich muss etwas Cooles daraus machen. Wir haben beschlossen, wir wollen diese Teilchen in Anführungsstrichen vervollständigen. Wenn du das andere Video gesehen hast, dann und auch wenn du das jetzt hier vor dir siehst, wirst du merken, du könntest das auch genauso lassen. Du könntest das als abstraktes Kunstwerk an deine Wand hängen und alles wäre gut. Das ist halt jetzt hier sehr abstrakt und wir haben auch beschlossen, dass wir gerne noch ein zusätzliches Video für euch machen wollten, wo wir euch zeigen, wie ihr das noch weiter ausgestalten könnt, wenn ihr vielleicht sagt, ja, ich bin jetzt hier gar nicht so auf dem ganz abstrakten Weg unterwegs. Ja, und warum ist mein Intro eigentlich so, wie mein Intro war? Warum habe ich gesagt, diese Herausforderung, eine kreative Freundschaft zu haben, ist manchmal wirklich schwierig? Weil man könnte ja meinen, so kreative Freundschaften zu haben, das ist ganz toll, ne? Ist es ja auch. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wenn man versucht, sich inspirieren zu lassen von anderen Leuten, dann kann man auch vielleicht so ein bisschen ins Stocken geraten. Und das ist, was mir hier passiert ist, bevor ich dieses Video aufgenommen habe. Denn, du siehst schon, ich schiebe hier diese Teile hin und her und hin und her, weil ich irgendwie versuche, eine optische Lösung zu finden für meinen Startpunkt für dieses Projekt. Als wir das gestaltet haben, hat es so nebeneinander gelegen, alle drei Teilchen nebeneinander. Und in meinem Kopf war, die müssen auch so nebeneinander bleiben. Das schaut ja auch cool aus, ja. Und irgendwie hat das was, wenn das so liegt. Und da habe ich mir gedacht, ja, was könnte ich da machen? Und dann habe ich mich erinnert, das Video, das letzte Video von Marlies aus dieser Serie, da hatte sie die Silhouette Birds verwendet. Das sind diese hier von Sizzix und Tim Holz. Die Nummer ist 665861 und das sind diese coolen Vögelchen hier. Und auf ihrem Tag, den sie beim letzten Mal gemacht hatte, ihr wisst noch, da haben wir zwei Tags, die aber auch zerschnitten waren, wieder zusammengefügt, da hat sie diese Vögel verwendet. Und ich habe das so cool gefunden, habe ich mir gedacht, vielleicht sind diese Vögel eine Möglichkeit, die ich hier verwenden könnte. Und dann habe ich mir die ausgestanzt, aus genau dem gleichen Stück Papier, wie sie auch. Also wir haben auch die anderen Papiere, die wir gestaltet haben, mit verschiedenen Techniken, mit den Distress Paints, geteilt, sodass wir beide die gleichen Materialien in etwa zur Verfügung hatten, nachdem Marlies wieder zu Hause war, wieder getrennt voneinander waren sozusagen. Dann habe ich mir die ausgestanzt und habe gedacht, ja, ist einfach eine total geniale Idee von ihr gewesen, das aus diesem Papier auszustanzen. Und wenn ich mir das hier so drauflege, da sehe ich, das passt total gut. Dieses Blau und das Gelb, finde ich, das hat irgendwie was. Es ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber aus irgendwelchen Gründen habe ich gedacht, das passt gut zusammen und auch die Proportion von den Vögeln, finde ich, passt ganz gut zu diesen kleinen Brettchen da. Ja, habe ich gedacht, so machst du das. So war das in meinem Kopf, inspiriert von Marlies. Ist doch gut, oder? Dann habe ich gedacht, ich will diese Vögel aber nicht einfach da so hin machen. Dann dauert das Video fünf Minuten, ich bin fertig, habe ich aufgeklebt, hänge ich das an meine Wand. Das kam mir jetzt etwas merkwürdig vor. Da habe ich überlegt, mit was könnte ich das kombinieren? Mit was für einer Farbe, mit was für einem Material vielleicht? Auf diesen Brettchen sind sehr viele strukturierte Sachen, also Struktur ist da viel durch diese Crackle-Paste und auch andere Crackle-Medien und auch die Spitze, die ich da verwendet habe. Und dann sind mir diese Teile hier in die Hand gefallen. Diese rostigen Teile habe ich mal vor Urzeiten von einer ganz lieben Zuschauerin zugeschickt bekommen in einem Happy Mail. Vielen Dank nochmal dafür, wie ihr seht. Eure Happy Mails werden eines Tages verwendet. Das hier habe ich auch noch gefunden. Das ist zwar nicht gerostet, aber ich finde, das passt ganz gut dazu. Von der Farbe her. Ja, was ich gerade noch sagen wollte, manchmal dauert das ein bisschen länger, bis ich Sachen aus Happy Mails verwende, denn die brauchen einfach den richtigen Einsatzort. Und hier war das so, dass ich das gesehen habe und habe mir gedacht, meine Güte nochmal, jetzt weiß ich, warum ich das so lange aufbewahrt habe, weil hier passt das wunderbar hin. Schaut euch an, das Blau mit dem Rost. Das ist einfach perfekt. Das schaut total cool aus. Aber da habe ich mir gedacht, was ist das jetzt, ne? Die Vögel, die können da nicht so richtig auf diesen gerosteten Garnrollen draufstehen. Der Schlüssel da, also irgendwie hat das überhaupt keinen Zusammenhang. Und dann habe ich auch noch gedacht, irgendwie die ganze Proportion ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und guck mal, dieses Blau, was da in der Mitte ist, das ist Price Ribbon Distress Paint. Marlies hat zwar auch Blautöne verwendet, aber ganz andere als ich. Seht ihr links und rechts, schaut es ganz anders aus als in der Mitte. Das Price Ribbon Blau sticht sehr raus. Und da habe ich gedacht, irgendwas ist hier komisch. Mit dem Rost passt das gut zusammen, aber irgendwas ist merkwürdig. Und dann plötzlich fiel mir ein Teil in die Hände, was mir nahezu jeden Tag über den Weg läuft, hier in meinem Bastelzimmer. Und das ist diese Schmetterlingsbrosche hier. Die habe ich von meiner Oma bekommen. Und die ist schon seit Ewigkeiten in meinem Bastelzimmer und wartet auf den richtigen Einsatz. Ich habe immer gedacht, ich muss die auf irgendein ganz besonderes Projekt machen. Ich möchte das gerne, dass es ein Projekt ist, was ich für mich selbst behalten kann. Weil, ne, also ihr wisst, ich verkaufe meine Journals und andere Projekte auch. Und ich möchte aber nicht dieses Teil da drauf haben, weil das eine Erinnerung an meine Oma einfach ist. Und deshalb lag das da rum. Außerdem ist das sehr dick. Und ich war mir nicht ganz sicher, wie ich das irgendwo drauf befestigen kann. Aber es ist mir in die Hand gefallen. Und dann habe ich das da drauf gelegt. Und habe mir gedacht, alles klar. Jetzt weiß ich, warum dieser Schmetterling so lange in meinem Zimmer gelegen ist. Denn hier muss der hin. Auf dieses Projekt muss der drauf. Schaut euch mal an, diese blauen Punkte, die auf dem Schmetterling sind. Ich weiß, das ist nicht genau das gleiche Blau, wie das, was Marlies da an den Ecken verwendet hat. Das ist nicht Price Ribbon. Aber aus irgendeinem mysteriösen Grund passt das da dazu. Und auch dieses Metall hat so eine bräunliche Farbe, wie Marlies in dem Hintergrund verwendet hat. Ich finde, das passt total schön dazu. Auch wenn das nur so ganz kleine Pünktchen sind. Und es auch nicht ganz genau die gleiche Farbe ist. Aber irgendwie passt das dazu. Und dieser Schmetterling, der sticht da so ein bisschen raus irgendwie. Und der hat da so, kennt ihr das, wenn man denkt, das hat so eine Berechtigung irgendwie da. Und dieses Türkis, was der Schmetterling auf seinem unteren Körper hat. Und auch auf den Flügeln sind da noch so zwei kleine Pünktchen. Das passt, finde ich, ganz gut zu den beiden Teilen links und rechts, die ich damals da gestaltet hatte, als Marlies hier war. Auch das ist nicht das gleiche Türkis. Aber irgendwie passt es zusammen. Nur mit den Vögeln geht das jetzt überhaupt nicht mehr, oder? Also wenn ihr euch das mal anschaut, die Proportion passt schon überhaupt nicht. Die Farbe von den Vögeln passt jetzt gar nicht mehr. Total merkwürdig. Also habe ich mir gedacht, komm, die hat dich zwar inspiriert, aber die Vögel, die müssen jetzt einfach gehen. Die müssen einfach gehen. Weil guck mal, wenn ich die nur hier hinlege, ne? Wenn die nur hier auf meinem Tisch liegen, dann ist die Farbe schon total falsch, obwohl noch gar nichts zusammengebaut ist. Seht ihr das, dass das überhaupt schon gar nicht mehr geht? Und wenn ich sie wegnehme, ist auf einmal alles harmonisch, obwohl noch nichts an seinem Platz ist und noch nichts zusammengebaut ist. Das ist total merkwürdig, dass man da plötzlich so ein starkes Empfinden bekommen kann für das, was geht und was nicht geht. Vielleicht ist das auch ein Trick für dich, wenn du nicht weißt, ob du sowas, ob das geht zusammen oder nicht. Leg dir das auf deinen Tisch, mach ein Foto oder geh ein bisschen weiter weg oder schau durch einen kleinen Bilderrahmen durch, sodass du siehst, was du auf dem Tisch liegen hast. Und dann kannst du ein gutes Gefühl dafür bekommen, ob das zusammenpassen kann oder nicht. So, und dann habe ich mir gedacht, gut, wenn jetzt dieser Schmetterling da in der Mitte ist, ne? Weil das ist ja jetzt mein Fokuspunkt, ja? Dieser Schmetterling soll das sein, wo das Auge als erstes hingeht. Dann muss der da irgendwie in der Mitte sein, aber aus irgendwelchen Gründen schaut der total verloren da aus. Also, der passt gut zu diesen Farben, aber aus irgendeinem Grund habe ich gedacht, ach, irgendwas ist hier falsch. Und dann habe ich gedacht, gut, legst du diese Brettchen einfach komplett mal wild durcheinander hin und suchst erstmal die Position, wo der Schmetterling hin muss. Vielleicht ist das auch ein Trick für dich, wenn du irgendwas vor dir liegen hast, nimm das nochmal komplett auseinander und such erstmal die Position, wo dein Fokuspunkt hin soll. Ich habe gedacht, in diesem Fall muss der Schmetterling irgendwo hin, wo auch Spitze ist. Ja, also auf diesem mittleren Ding, guck mal, da schaut der total verloren aus. Marlies hat auf ihrem Teil keine Spitze verwendet, deswegen steht das nicht so hoch. Das ist nicht so strukturiert irgendwie oder texturiert, sagt man, glaube ich, wohl eher besser. Weiß ich nicht. Weißt du, was ich meine, oder? Guck mal, hier ist das was ganz anderes. Die Spitze und das Embossingpulver da drauf, das steht schon von alleine so hoch, dass das eins wird mit dem Schmetterling. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich das hier besser ankleben kann, als wenn ich das auf einer glatten Oberfläche machen würde. Denn diese Brosche hat ja hinten diese Pinnadel. Ich kann das da nicht durch diese Pappe pieksen, weil das ist 4mm Graupappe, auf der wir das gestaltet haben. Das geht nicht. Aber, ja, also muss ich auch irgendwie eine Möglichkeit haben, das gut festzukleben. Unabhängig davon ist der Platz auf dem Panel tatsächlich der richtige. Und dieses hier, das geht dafür einfach nicht. So, jetzt hatte ich aber das Problem, wenn ich jetzt dieses nehmen will, um meinen Fokuspunkt drauf zu machen und das von Marlies in der Mitte sein soll, weil meine beiden links und rechts eine Art Rahmen bilden, dann ist mein Fokuspunkt links. Ach, das ist irgendwie Sinn? Das ist ja eigentlich nicht so schlimm, ja. Ein Fokuspunkt muss ja nicht in der Mitte sein. Manchmal ist es auch gar nicht gut, wenn ein Fokuspunkt in der Mitte ist. Denk nur mal zum Beispiel an den goldenen Schnitt und andere Regeln aus dem professionellen Kunstbereich. Lass es mich mal so nennen. Denn ist jetzt nicht so unbedingt, muss nicht in der Mitte sein. Dann habe ich mir außerdem noch gedacht, ich möchte dieses Schild hier verwenden. Live the life you've imagined. Lebe das Leben, was du dir vorgestellt hast. Das ist auch so ein kleines Metallschild von Tim Holz aus der Ideology-Kollektion, aus einer der Kollektionen. Ich vergesse mal, wie diese kleinen Schildchen da heißen. Aber das tut nichts zur Sache, dass wir dich da drauf haben. Und dann habe ich gedacht, hier ein paar so Blumen, die könnten ja auch nicht schaden. Diese Die Cuts, die ich da zeige und die ich auch im hinteren Teil dieses Videos verwende, sind auch von Tim Holz. Das sind die Wildflower Stamps. Aus verschiedenen Sets habe ich mir verschiedene ausgeschnitten. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht zwei verschiedene Farben zu nehmen und so einen Flow zu machen. Seht ihr, das Weiß kommt im Hintergrund vor. Dieses Bräunliche kommt im Hintergrund vor. Der Schmetterling ist da links, kein Problem. Da kann man so einen Flow machen. Das schaut jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen komisch noch aus. Aber könnte gehen so, ne? Und dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht muss das Schild hier in die Mitte. Weil, ne? Da ist irgendwie nichts. Vielleicht hilft es, wenn ich das ein bisschen so auseinander tue und mir das so irgendwie verteile. Was ist mit den rostigen Teilen? Ja, so. Schaut total komisch aus. Ich habe dann auch noch diesen Schlüssel hier. Der war auch in diesem Happy Mail von der Zuschauerin. Und da habe ich mir gedacht, live the life you've imagined passt zu diesem Schlüssel. Weil, um ein Leben leben zu können, was man sich vorgestellt hat, bedarf es vielleicht eines Schlüssels zu einer besonderen Tür. Das war für mich so eine Art Metapher. Und ich habe gedacht, ich möchte den Schlüssel da drauf haben. Auch nicht nur, weil er schön aussieht da, sondern auch, weil er eben vom Bild her gut dazu passt. Von dieser Metapher her. Und da habe ich mir diesen Platz hier ausgesucht, denn dieser Schlüssel ist sehr rundlich natürlich und sehr schwer festzukleben. Auf dieser Spitze sitzt der fast wie in so einem kleinen Bett drin. Deswegen habe ich gedacht, okay, der kann da hin. Da kannst du den gut festkleben. Und da saß ich dann und habe gedacht, also irgendwie ist das doch kacke, ne? Schaut doch kacke aus. Und dann habe ich einen, in Anführungsstrichen, Fehler gemacht. Dann habe ich zu Marlies gesagt, sag mal, wie weit bist du denn schon, ne? Habe ich ihr eine WhatsApp geschrieben und habe gesagt, hallo hier, ne? Erzähl mir mal, was hast du denn da schon gemacht? Und dann hat sie mir ein Foto geschickt von ihren drei Panels. Und sie hat das einfach wunderschönst arrangiert. Im Übrigen hat sie auch die Wildflower Stamps von Tim Holz und Sizzix verwendet. Da kann man mal sehen, wie gleich wir teilweise wirklich denken. Also das war völlig unabhängig voneinander. Und ihr ist es mega symmetrisch. Es schaut total harmonisch aus. Alles fließt so in den Hintergrund. Alles ist irgendwie, ne, so links und rechts, alles so ausgeglichen. In der Mitte hat sie einen, ne, Mittelpunkt sozusagen. Das Auge geht sofort auf das mittlere Panel. Und ich habe mir gedacht, okay, Luise, das wird hier so nichts mehr, ne? Ich war total verwirrt. Und ich war total, also, I'm stuck, würde man im Englischen sagen. Also ich bin so festgesteckt einfach in dieser Situation. Dann habe ich mir einen Kaffee gemacht. Und habe mir gedacht, okay, machst du ein Päuschen? Und machst du vielleicht auch ein kleines Mittagsschläfchen? Was nicht unbedingt Sinn macht in Kombination mit Kaffee. Aber, als ich da so in meinem Bett lag, habe ich mir auf einmal gedacht, alles klar. Alles klar. Ich weiß nicht, was das wieder war. Ihr kennt das vielleicht. Ich habe das schon öfters mal erzählt. Wenn ich so zwischen wach sein und schlafen bin, dann kommen mir manchmal so komische Träume. Und das ist nicht so ein richtiger Traum, weil ich weiß dann am Ende noch, was ich da geträumt habe. Und ich kann auch das beeinflussen, was ich da denke. Und das ist sehr toll, weil dadurch kommen allem Ideen. Dann habe ich mir gedacht, okay, passt auf. So wird es gemacht. Wer sagt denn, dass ich diese drei Dinger nebeneinander tun muss? Kann ich die nicht vielleicht auch einfach so eineinander machen? Denn dann ist der Schmetterling auf diesem einen Stückchen in der Mitte. Und die anderen zwei Teile bilden trotzdem wie eine Art Rahmen, eine Ergänzung. Sie sind Teil dieses oberen Teils. Aber das Ganze schaut nicht mehr so verloren aus. Das Ganze schaut nicht mehr so auseinandergerissen aus. Und vor allen Dingen ist der Schmetterling in der Mitte, ohne dass Marlies Panel in der Mitte sein muss. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn. So, also habe ich beschlossen, dass da wird irgendwie so eine Art oberste Lage, wie so ein kleiner Rahmen auf Rahmen oder so. Versteht ihr, was ich meine? Vielleicht wird das gleich klarer, wenn ich euch zeige, was ich da vorhabe. Dann habe ich mir gedacht, ich möchte das Ganze später an meine Wand hängen. Diese Bretter sind sehr dick. Wie gesagt, das ist 4 mm Graupappe. Da habe ich mir gedacht, okay, mache ich mir so einen Hintergrund, sodass ich mir das später an die Wand hängen kann. Wenn ihr dieses Video seht und ihr denkt euch, das hat aber jetzt nicht mehr so ganz viel mit Junk-Journaling zu tun, würde ich erstmal widersprechen und sagen, doch, hat es schon. Und zum anderen möchte ich sagen, wenn du das nachmachen möchtest, du kannst das natürlich auch in einem Journal machen oder auf ein Journal-Cover geben. Stell dir mal vor, diese Pappe wäre ein Journal-Cover, dann kannst du das da drauf gestalten. Oder was ich mir damit auch gut vorstellen könnte, wäre so ein Club-Kalender, den man auf den Tisch so stellen kann. Wisst ihr, es gibt auch diese Steh-Kalender oder wie sagt man da dazu. Dafür könnte man das natürlich auch gut gestalten. Dann wäre es auch ganz schön, wenn das ein bisschen so dimensionaler wäre. Aber du kannst es natürlich auch nachmachen, indem du einfach dünnere Papierchen nimmst und das auf eine Junk-Journal-Seite klebst. Das muss jetzt nicht unbedingt sowas Dickes sein, das funktioniert auf dünnem Material genauso. Für meinen Hintergrund möchte ich diese Teile hier verwenden. Diese sind auch entstanden in dieser Miniserie über die Distress-Paint-Techniken. Hier haben wir Embossing-Folder verwendet und das Papier embossed. Und dann die Paint draufgerollt mit einem Brayer und danach Distress-Oxide-Spray gesprüht, um dann die Paint wieder zum Vorschein zu bringen, indem wir die Oxide-Ink an den Stellen wieder abgerubbelt haben, wo vorher die Paint war. Klingt jetzt gerade ein bisschen konfus, wenn du das Video nicht gesehen hast und diese Technik nicht kennst. Aber wenn dich das interessiert, kannst du das Video natürlich auch in der Playlist finden. Und ich möchte diese Stückchen hier benutzen, um so einen gepuzzelten Hintergrund zu machen. Jetzt ist es so, dass ich von diesem hellen Stück hier nur eins habe. Deswegen zerschneide ich mir das mit Nachdenken. Normalerweise schneide ich ja nicht so mit Nachdenken oder gar Messen. Das wird mir schon ganz schlecht, wenn ich nur dran denke. Aber in diesem Fall muss ich nachdenken, weil wir brauchen hier mal drei Stückchen. Weil die goldene Regel, drei Teile von einer Art sind immer gut. Schöne Grüße an Barbara von 49 Dragonflies. Die das in sehr, wie sage ich, will nicht sagen epischer Breite, weil das klingt so negativ. Professionellst epischer Breite, nennen wir das mal so, erklärt. Und dieser Trick, der hat mir schon so oft so viel weitergeholfen. Nehmt ungerade Zahlen. Drei ist gut, fünf ist gut, sieben ist gut. Und verteilt es einfach so ein bisschen. Dann schaut das hinterher immer gut aus. Mit den anderen Stückchen hier habe ich nicht ganz so große Probleme, weil ich davon mehr habe. Aber alle anderen Teile, die ich habe, sind dunkler. Und deswegen habe ich jetzt erstmal angefangen mit den drei helleren. Und ihr seht schon, hier habe ich das schon alles aufgeklebt. Ich hoffe, das, was ich da gerade erzählt habe, macht irgendwie Sinn. Hier in der Mitte habe ich nichts hingeklebt, weil ich möchte mein Material nicht verschwenden. Dieser Bereich wird überdeckt von den drei Panels später, sodass ich da nichts hinkleben brauche. Und der Plan ist jetzt, dass ich die hier so irgendwie übereinander mache. Erstmal kommt mein Schmetti hier hin, damit ich mich hier orientieren kann. Der Schlüssel kommt später in sein Bettchen hier. Den lege ich mir da jetzt auch schon mal so hin, dass ich da weiß, was ich da tue. Ihr seht, der liegt da so richtig schön flach drin. Und den kann man da perfekt aufkleben. Vielleicht sollte man damit mal starten, weil dann kann das in Ruhe trocknen. Da nehme ich mir jetzt Buchbindeleim. Man könnte alternativ auch Heißkleber nehmen. Und klebe den da dran. Und dann klemme ich den mit Klemmen hier fest, sodass der parallel zu dem Rand von diesem Panel da ist. Das ist gar nicht so einfach, weil das so rund ist und der rutscht das so ein bisschen weg. Da muss man sich ein bisschen in Geduld üben. Das ist ja meine allergrößte Stärke, wie ihr wisst. Aber es funktioniert gut. Mit Heißkleber würde das wahrscheinlich auch gut funktionieren. Und ja, dann kann das da trocknen. Und der Schmetterling, der soll jetzt hier hin. Und da habe ich mir jetzt gedacht, der fügt sich da eigentlich schon ganz gut irgendwie ein. Aber in Anbetracht der Tatsache, was ich dann noch so im Kopf hatte mit diesen kleinen Wildflowers, habe ich mir gedacht, vielleicht wäre es ganz gut, wenn man eine von denen hinter den Schmetterling setzen würde. Und diese hier, die hatte ich noch übrig von einem anderen Projekt. Da fehlt ein Stück. Ich zeige euch hier gerade das Set, aus dem die stammt. Und das ist dieses hier. Die Nummer, zeige ich dir hier vielleicht auch. 664164, hoffe ich, dass das jetzt stimmt. Ja, 664164. Und das ist einfach der obere Teil von einer dieser Blümchen da. Und ich habe mir gedacht, ich tue das hier so dahinter, damit das Weiß, was da links ist, nach rechts da noch so ein bisschen weiter geht. Und das klebe ich jetzt hier nur in der Mitte fest, damit diese äußeren kleinen Blütendinger da von der Blume so ein bisschen hochstehen können. Dann gibt das auch noch mal mehr Dimension. Und da ich das später an meiner Wand hängen will, macht mir das auch nichts, wenn das nur in der Mitte festgeklebt ist. Was soll da passieren? Ja, wenn du das in einen Journal klebst, würde ich es vielleicht gucken, also an welcher Stelle das ist und schauen, dass man es vielleicht noch ein bisschen flächiger festklebt, damit da einfach nichts passieren kann, wenn man die Seiten umblättert zum Beispiel. Diesen Schmetterling möchte ich jetzt mit Heißkleber festkleben. Da ist schon meine Heißklebepistole. Ich hatte da ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich möchte natürlich, dass dieser Schmetterling so aufgeklebt ist, dass man den Kleber nicht sieht. Also ja. Aber es muss natürlich genug Kleber vorhanden sein, dass der halten kann. Jetzt mache ich mir hier mal so ein kleines Pünktchen drauf. Ihr seht schon, ich zitter voll, weil ich voll Angst habe, das da drauf zu machen. Und dann drücke ich mir den hier so rein, in der Hoffnung, dass sich darunter nichts rausdrückt. Und ja, also ihr merkt, ich spreche hier gerade das Voice-Over über das Original-Video. Das, was da passiert, weiß ich also schon. Das hat gehalten. Aber kleiner Tipp, sollte das nicht halten, wenn ihr das mit Heißkleber anklebt, lasst das trotzdem trocknen. Dann bekommt ihr da so einen kleinen Abdruck, wo der Schmetterling sitzt. Also wie wenn man ein Wachssiegel oder sowas machen würde. Habt ihr da so einen Abdruck, wie so eine kleine Schablone, wie so eine Ritze sozusagen. Und da könnt ihr dann später in den Heißkleber einfach Buchbindeleim reinmachen und euer Teil nochmal reindrücken in diese Form. Und dann hält das Bombe. Aber das hat auch so gehalten. Glück, würde ich sagen. Aber sollte das jemals abfallen, wäre das ein Trick, wie man das wieder befestigen kann, ohne dass man das Ganze auseinandernehmen oder sich ärgern muss. So, wenn wir das jetzt mal hier so betrachten, dann schaut das alles ziemlich wuselig aus. Und ich überlege, hier etwas drunter zu setzen, was das Ganze etwas ruhiger werden lässt und wie so eine kleine zusätzliche Lage, Abtrennung, zusätzliche Farbe auch nochmal sein könnte. Ich weiß nicht, ob das gerade ein Satz war. Das hier ist jedenfalls ein Stück von einem ganz alten Fotoalbum. Das hatte ich mal zu erschnitten, um es für meine Projekte zu verwenden. Und seht ihr die Farbe? Die passt ganz gut zu diesem Rand, den ich da gemacht habe auf diesem oberen Panel. Das finde ich passt ganz gut. Und auch zu dem Rost passt das ziemlich gut. Und die Farbe vom Schmetterling passt sowieso dazu. Und das möchte ich jetzt hier so dahinter setzen, dass das hier nochmal so eine kleine optische Abtrennung gibt und das auch nochmal eine weitere Lage einfach bildet. Das klebe ich mir jetzt hier drauf fest, nachdem ich das auf die richtige Länge abgeschnitten hatte. Dann habe ich das gut natürlich durchtrocknen lassen. Und als nächstes möchte ich dann jetzt diese Panels da festkleben. Und da finde ich das einen ganz guten Trick. Also wenn ihr genauso perfektionistisch veranlagt seid wie ich, dann macht ihr das vielleicht so. Schaut euch das untere an, weil das müsst ihr ja als erstes logischerweise festkleben. Dann könnt ihr die anderen beiden runternehmen. Und dann bei dem unteren einfach eine kleine Markierung machen, an einer Stelle, wo es später nicht sichtbar ist. In meinem Fall ist das hier. Habe ich mir einfach hier so eine kleine Ecke drauf gezeichnet, weil man das später nicht sieht. Und dann kann ich meinen Kleber hier drauf machen und weiß genau, wo ich dieses Panel dann befestigen muss, sodass das dann später an der richtigen Stelle sitzt. Ich habe das auch nochmal abgemessen, dass das wirklich parallel zu den äußeren Kanten ist, weil wenn das schief wäre, glaube ich, würde das ein bisschen komisch aussehen. Das Ganze ist ziemlich rechteckig, logischerweise. Also alle Teile, die da drauf sind, sind rechtecke. Und das würde jetzt richtig komisch aussehen, wenn das irgendwie schief wäre. Deswegen habe ich mir da auch Zeit gelassen. Ihr seht, das Video läuft hier gerade ein bisschen im Schnellvorlauf ab, weil ich mir da wirklich Zeit gelassen habe. Denn wenn Heißkleber einmal trocken ist, ist der trockene. Dann machst du da nichts, außer abreißen und neu so. Diese Nägel, die möchte ich auch hier befestigen. Das habe ich jetzt auch mit Heißkleber gemacht. Das war keine so gute Idee, weil mir der da teilweise da drunter weg sich gedrückt hat. Der Nagel ist relativ schmal. Ich versuche, das hier mit einer Pinzette noch abzukratzen. Geht aber nicht mehr, weil das da schon fest war. Habe ich gedacht, okay, dann muss das jetzt so bleiben. Seht ihr, das sieht man da. Also ich weiß nicht, ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm. Aber ja, man könnte es schon ein bisschen ausrasten, wenn man das sieht. Aber da habe ich mir gedacht, ist da mein Vater nett. Der hat immer früher zu mir gesagt, also für meine Tochter ist das gut genug. Wenn der da irgendwas für mich gebaut hat oder so oder in meinem Zimmer irgendwas gemacht hat, tapeziert oder Boden verlegt, der ist handwerklich sehr geschickt und hat früher auch ziemlich viele Sachen selber gemacht. Und ja, wir Kinder mussten natürlich immer helfen, ist klar. Hier so Bohrmaschine halten, Brille halten, irgendwas suchen. Und er hat dann alles gemacht. Und wenn das dann fertig war, hat er immer gesagt, ja, das ist gut genug. Für meine Tochter ist das gut genug. Also habe ich mir gedacht, okay, für mich ist das gut genug. Irgendwie scheint er was abgefärbt zu haben von ihm auf mich. Was will ich damit sagen? Manchmal muss man Dinge ausprobieren. Heißkleber hält sehr gut. In diesem Fall würde ich jetzt nicht für jedes Projekt empfehlen, aber hier ist das eine schnelle und gute Sache. Aber man muss auch ein bisschen Abstriche machen, weil Heißkleber ist halt Heißkleber so. Okay, dann widmen wir uns diesem kleinen Metallschild da unten. Das möchte ich noch ein bisschen verändern. Und dafür möchte ich die Distress Paints verwenden. Ich habe hier Freight Burlap und Gathered Twigs. Ich finde, das passt ganz gut zu den restlichen Farben. Und das hier ist so eine kleine, ja, Mini-Mini-Technik, ne, mit diesen Paints. Übrigens stammen diese zwei Farben, Freight Burlap und Gathered Twigs, aus der Back-from-the-Fault-Collection von Ranger. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört und euch darüber gewundert, was das bitte sein soll. Ranger hatte vor einigen Jahren einige der Distress Paints aus dem Sortiment genommen, weil die Platz brauchten für andere Distress-Produkte. Und deswegen gab es die lange Zeit nicht mehr. Und jetzt sind die zurückgekommen. 20 Farben insgesamt. Also wenn ihr das irgendwo mal lest, Back-from-the-Fault, zurück aus dem Verlies, dann wisst ihr genau, was gemeint ist. Das sind die Farben, die es ursprünglich nicht mehr gab und die jetzt wieder zurückgekommen sind. Ich habe das jetzt erstmal relativ grob hier aufgetragen. Wenn man das noch nie gemacht hat, dann mag man sich jetzt vielleicht etwas wundern. Aber ihr werdet gleich sehen, das hat einen Sinn. Ich nehme mir jetzt meinen Föhn und föhne das an. Ich habe hier ein bisschen Föhn rausgeschnitten, muss ich sagen. Ja, also wundert euch nicht. Das war jetzt nicht so kurz, wie das hier ausgesehen hat. Sondern schon etwas länger. Aber so, dass die Paint noch feucht ein bisschen ist. Also sagen wir mal so halb angetrocknet. Klebrig schon fast, würde ich sagen. Und jetzt nehme ich mir ein Küchentuch. Also das ist trocken, ne? Und rubbel das da größtenteils wieder ab. Passt bitte ein bisschen auf, wenn ihr so Metallteile erhitzt. Die werden sehr heiß, ja? Gerade diese Ideology-Stückchen da, die sind ziemlich klein. Diese Metall, also was heißt klein? Dünn. Und das erhitzt sich schnell, ja? Und dadurch kann das zu Verbrennungen führen, wenn man das zu früh antatscht. Also bitte aufpassen. Wie ihr seht, setze ich das jetzt in diese Schrift da rein, in diese Ritzen von der Schrift. Aber ich habe das Allermeiste von der Paint wieder runtergenommen. Das mag erstmal ein bisschen nach Verschwendung aussehen, ist es aber nicht, weil das Ergebnis einfach hinterher total cool aussehen wird. Aber meiner Meinung nach funktioniert das nur, wenn man das eben mit Geduld und in so verschiedenen Schichten macht. Wenn ihr da ganz viel Paint drauf macht, nur eine Schicht und das dann wieder runter macht, dann wird das meiner Meinung nach nicht so schön. Aber da muss man auch seinen eigenen Weg finden, wie man das macht. Und jeder macht das ein bisschen anders. Um diese Schrift noch ein bisschen mehr herauszubringen, nehme ich mir hier Ground Espresso Distress Crayon. Man könnte auch hier für diesen Schritt jetzt nochmal Paint nehmen. Würde auch funktionieren. Aber ich finde die Crayon ganz gut, vor allen Dingen jetzt bei diesem warmen Wetter, da kann man das relativ gut verschmieren. Und dann geht das in die Buchstaben da so rein, in diese Ritzen. Und dann kann man den Überschuss einfach mit einem trockenen Küchentuch wieder abwischen, sodass man die Schrift dann richtig gut lesen kann. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Paint vorher trocken war. Und was ich auch sagen möchte, ihr könnt das natürlich auch mit anderen Medien machen. Ihr müsst jetzt dafür nicht die Distress Paint nehmen oder ihr müsst überhaupt gar keine Ranger-Produkte verwenden. Ihr könnt das auch mit zum Beispiel Acrylfarbe machen oder anderen Medien, die auf Metall halten. Da könnt ihr mit Sicherheit auch einen coolen Effekt hinbekommen. Oder wenn ihr sowas gar nicht habt, dann könnt ihr das auch mit ein bisschen Stahlwolle so anrubbeln. Und das Metall einfach ein bisschen anrauen, dann schaut das auch interessanter aus, als es aus irgendeiner Verpackung gerade rausgeschlüpft ist. Also ich finde diese Metallschildchen von Ideology eigentlich auch schön, so wie sie sind. Aber wie man hoffentlich hier sehen kann, passt das jetzt farblich viel besser zusammen, wenn man das ein bisschen bearbeitet hat. Und dieser ganze Rost da auf diesem ganzen Teil, da wird man denken, wenn das da so komplett Silber ist, ist irgendwie ein bisschen unlogisch. Diese Brosche schaut auch ein bisschen gealtert aus und wenn dann da so ein neues silbernes Schildchen ist, das wäre ja irgendwie ein bisschen merkwürdig. Deswegen habe ich das eigentlich hauptsächlich gemacht. Aber diesen Schritt kann man natürlich auch weglassen oder mit anderen Medien machen. Genauso wie den ganzen Rest vom Projekt kann man auch mit anderen Medien machen, logischerweise. Hier nehme ich mir jetzt zwei so kleine Brads. Ich suche hier gerade die richtige Farbe und ich denke, dass das hier ganz gut passen könnte. Weil ich möchte gerne dieses Schild da unten mit diesen Brads befestigen. Und ich finde, das passt ganz gut zu dieser Pappe von dem Fotoalbum, zu dem Rost und auch zu dem Schmetterling. Ich möchte, dass die nicht zu auffällig sind, diese Dinger da. Aber sie sollen natürlich irgendwie sichtbar sein und farblich passen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Jetzt markiere ich mir hier mal die Löcher, wo diese Dinger da sitzen müssen. Ich habe mir einfach hier so einen Kugelschreiber genommen, weil du kannst ein bisschen so reinkritzeln und dann ist das da. Ja, und dann habe ich gedacht, oh Mist, oh Mist. Habe ich gedacht, oh ja, hier durch die Pappe kannst du ja mit deiner Cropidile durchstanzen. Naja, denkste, Luise, das geht ja überhaupt gar nicht. Weil, da kommst du ja jetzt gar nicht mehr dazwischen, weil das dumme Panel ist ja da schon festgeklebt. Wenn ihr das nachmachen wollt, ja, dann bitte, bitte stanzt da vorher durch und überlegt euch vorher, wo dieses Schild hin muss. Ich zeige euch jetzt eine äußerst unprofessionelle Art und Weise, wie man das auch im Nachhinein machen kann, wenn man ein bisschen nicht gut nachgedacht hat, aber wenn ihr das auf diese unprofessionelle Art und Weise machen möchtet, hier mit so einer Ahle durchpiksen, passt bitte auf, dass ihr euch nicht pikst. Ich habe da diesen Deckel genommen, weil der mir jetzt da genau den Abstand zu der Pappe gebildet hat, sodass ich da Druck ausüben konnte, aber ganz ehrlich, macht das einfach nicht, ja, macht das einfach nicht. Aber dafür ist ja mein Kanal auch da, euch Dinge zu zeigen, wie man es nicht macht. Ja, seid einfach ein bisschen schlauer und macht das vorher, dieses Loch. So, jetzt kann ich diese Brads hier durchstecken. Ich bin da ganz begeistert gewesen, dass sie da beim ersten Mal durchgepasst haben, ganz wundervoll. Die Füßchen da unten drunter, die habe ich jetzt noch nicht auseinander gebogen, weil ich noch nicht da zu diesem Zeitpunkt wusste, ob ich da vielleicht noch irgendwas drunter layern will, wie Spitze oder Käsetuch oder irgendwas in der Art. Ich habe mir gedacht, die kann ich ja auch später noch biegen. Ich konnte jetzt aber hier erstmal sehen, wie das überhaupt wirkt, ob mir das da gefällt, wie das im Gesamtzusammenhang aussieht. Und ja, diese Füßchen da biegen ist kein Problem, einfach mit einer Pinzette oder einer Aale oder sowas da drunter friemeln und dann kann man die ganz leicht auseinanderbiegen und hat sie dann an der Stelle befestigt, sodass das nicht mehr abfallen kann. Jetzt habe ich mir hier noch ein paar von den Wildflower Stamps ausgestanzt in zwei verschiedenen Farben und die möchte ich jetzt gerne hier so drumherum drapieren, wie so ein kleines Bouquet um den Schmetterling drumherum. Die Worte Stamps ausgestanzt in zwei Jahren Die Worte Stamps ausgestanzt in zwei Jahren Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, das schaut ja schon mal gar nicht so ganz schlecht aus, wie ich finde, aber dieses obere Panel hier, das sticht mir noch nicht genug raus. Ich möchte das noch ein bisschen irgendwie mehr anpassen an diese Brosche, an diesen Schmetterling und auch an diese rostige Farbe von den Teilen drumherum, weil die stechen doch jetzt irgendwie sehr raus. So, jetzt habe ich mir gedacht, dieses Türkis von dem Schmetterling, das sticht auch als Farbe sehr raus, irgendwie geht das Auge zuerst auf diesen unteren Teil von dem Körper von dem Schmetterling. Und da habe ich mir gedacht, wie könnte ich diese Farbe vielleicht irgendwie dezent integrieren in diesen Rahmen, sodass da ein Rahmen entsteht, ohne das zu umrahmen. Also, versteht ihr, was ich meine? Weil ich möchte jetzt nicht irgendwie so einen fetten, krassen Rahmen drumherum haben, sonst hätte man den ja auch irgendwie, da hätte man so einen kleinen Holzrahmen oder sowas nehmen können. Aber ich möchte was anderes versuchen. Ich habe hier Distress Oxide Ink Refiller Cracked Pistachio, denn das ist die Farbe, die am besten zu diesem Türkiston in dem Schmetterling passt, von den Farben, die ich habe. Außerdem habe ich hier die Distress Grid Paste Opaque, also das ist die weiße Grid Paste, also die nicht durchsichtige, nicht durchscheinende, die gibt es ja auch in Translucent, also in durchscheinend. Aber ich möchte hier die weiße verwenden und ich erkläre euch auch gleich noch, warum. Ich möchte die jetzt da auf den Rand auftragen und auch so ein bisschen da an dem Nagel, wo mir der Kleber so ein bisschen rausgedrückt ist, weil ich habe mir gedacht, wenn ich das da so ein bisschen raufschmiere, so wie ich das jetzt hier gerade tue, dann sieht das so aus, als wäre das schon von Anfang an da gewesen. Und also wäre das Absicht gewesen. Und gleichzeitig kann ich da diesen kleinen Kleberunfall so ein bisschen vertuschen. Habe ich mir jetzt hier einfach einen Spachtel genommen und mit dem trage ich das jetzt da so auf. Relativ unregelmäßig. Wie gesagt, ich möchte das nicht komplett umrahmen. Das soll nur dieses obere Panel so ein bisschen mehr hervorholen für das Auge, sodass der Rest drumherum wirklich wie ein Hintergrund wirkt und nicht so sehr ablenkt von dem Schmetterling. Der ist ja relativ klein eigentlich so, wenn man das so bedenkt. Dieser Fokuspunkt ist relativ klein eigentlich für dieses große Teil. Diese Pappe im Übrigen, die ganz im Hintergrund liegt, das ist DIN A5. Ja, also so, dass ihr euch das vielleicht ungefähr vorstellen könnt. Jetzt trage ich das hier so auf und versuche das auch so ein bisschen nach innen zu verblenden. Die anderen weißen Stellen, die auf diesem Panel sind, sind mit weißem Embossingpulver gemacht. Das funktioniert jetzt hier ganz gut, weil die Grid Paste, die ist halt so ein bisschen sandig. Deswegen heißt die auch Grid Paste. Und dadurch hat die so eine ähnliche, aber wirklich nur ähnliche Struktur wie das Embossingpulver. Und man kriegt das ganz gut unauffällig da so hinverblendet, ohne dass das wer weiß wie auffällt. Während das Ganze noch feucht ist, nehme ich mir mal ein Distress Oxide Ink Refiller und träufle das hier vorsichtig drauf, ohne mir die Grid Paste an das Refiller Fläschchen zu schmieren. Falls das passiert, kann man es ganz einfach wieder abwischen mit einem Zeva oder so. Und jetzt nehme ich mir hier so ein Ohrenstäbchen und tupfe da so vorsichtig drauf, sodass sich der Refiller verbindet mit der Grid Paste. Man könnte die Grid Paste auch trocknen lassen und das dann drauf tun. Und dann ist das nicht ganz so fein, erfordert nicht ganz so fein motorische Fähigkeiten. Denn wenn die Grid Paste noch feucht ist, dann verformt die sich natürlich, wenn ihr da jetzt mit diesem Ohrenstäbchen so drauf tupft. Aber ich mache das ganz gerne in feuchtem Zustand deshalb, weil ich habe das Gefühl, ich kann das dann besser kontrollieren. Und zum anderen ist es so, wenn ihr die Grid Paste trocknen lassen würdet oder auch jedes andere Medium und dann würdet ihr da den Refiller drauf tun, dann kann es passieren, wenn ihr das zu dick auftragt, dass das nicht richtig trocknet und dass, wenn ihr das später mit dem Finger drüber geht, sich das noch abfärbt. Und auf diese Art und Weise passiert das nicht, dann vermischt sich das und wenn es trocken ist, dann ist das komplett abriebfest. Deswegen mache ich das so. Ja, außerdem, jetzt habe ich hier dieses Türkis schon aufgetragen, möchte ich noch ein paar Brauntöne da hinzufügen, damit das Ganze noch auffälliger und vor allen Dingen noch rostiger wird. Dafür brauche ich irgendwie so ein rötliches Braun, was da irgendwie dazu passt. Und gleichzeitig muss das ein bisschen dunkler irgendwie werden. Ich hatte zuerst an Rusty Hinge gedacht. Das ist ja so eine richtig rostig-orangene Farbe. Das ist aber ein bisschen zu krass. Und außerdem ist mir dann aufgefallen, das habe ich auch gar nicht als Refiller. Habe ich da auf mein Regal gestarrt. Ist mir aufgefallen, dass ich das überhaupt gar nicht habe. Vielleicht geht aber auch eine Kombination aus anderen Farben. Ich werde mich gleich entscheiden für Vintage Photo und Ground Espresso. Aber nochmal, wenn ihr diese Medien von Ranger nicht habt, dann könnt ihr sowas natürlich auch mit anderen Medien hinkriegen. Gerade so Rost-Effekte. Da gibt es ja auch andere Medien, mit denen man das machen kann. Auch so sandige Pasten zum Beispiel, die man auftragen und dann mit Acrylfarbe einfärben kann. Man könnte auch zum Beispiel nur Acrylfarbe nehmen. Ihr könnt auch versuchen, das mit Vogelsand oder etwas ähnlichem Körnigen zu vermischen. Ich habe auch schon mal solche Eierschalen getrocknet und dann dieses kleine Häutchen innen rausgemacht, klein zerbröselt und das mit Acrylfarbe vermischt oder mit Gesso. Das funktioniert auch. Oder ihr könntet es auch zum Beispiel mit Matt-Medium oder so vermischen. Wenn ihr solche Medien nicht habt wie die von Ranger, dann könnt ihr das natürlich auch mit anderen Haushaltsmittelchen zusammen euch mischen, wenn ihr möchtet. Das muss jetzt nicht unbedingt dieses Medium sein. Warum sage ich das? Weil ich manchmal das Gefühl habe... Achso, übrigens habe ich noch Freight Burlap auch noch rausgeholt von den Oxide-Ink-Refillern, weil ich... Was rede ich hier? Das stimmt überhaupt gar nicht. Ich habe Brushed Corduroy genommen, nicht Freight Burlap, entschuldigt bitte, weil das gut zu der Pappe da hinten passt. Aber warum erzähle ich das so ausführlich, dass ihr auch andere Dinge verwenden könnt? Ganz einfach. Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass einige von euch denken, ich brauche jetzt unbedingt genau die gleichen Sachen, wie die, die Luise da verwendet, damit ich auch so etwas gestalten kann. Ich möchte das ganz deutlich sagen. Das ist so nicht. Ja, du kannst das auch mit anderen Dingen genauso machen, wie ich das hier mache. Und zwar, wenn ich sage genauso, dann meine ich so, dass du damit zufrieden bist und so, dass es dir gefällt. Ich benutze die Medien von Ranger, weil ich überzeugt bin von der Qualität, weil ich damit gut zurechtkomme, weil ich damit alle die Dinge machen kann, die ich gerne machen möchte in meinen kreativen Projekten. Das heißt aber nicht, dass du jetzt losrennen musst und musst dir auch diese ganzen Medien kaufen. Wenn du dir denkst, oh, ich habe das schon mal mit einem anderen Medium ausprobiert und das hat nicht so gut geklappt, scheint es so zu sein, als könnten die Ranger-Produkte vielleicht noch ein bisschen was anderes. Da muss ich zum einen sagen, ja, die können noch ein bisschen was anderes. Das ist nun mal so. In meinen Augen, in den Augen vieler anderer Menschen auf dieser Welt auch. Aber, das heißt noch lange nicht, dass du das unbedingt tun musst. Wenn du das ausprobieren willst, probiere das bitte aus und überzeuge dich selbst von der Qualität dieser Tinten und anderen Produkte, die es von Ranger gibt. So, Brushed Corduroy haben wir hier nach dieser kleinen Ansage. Das werde ich jetzt hier auch noch auftragen. Und es ist jetzt hier so, die unteren Schichten sind noch feucht. Ja, das heißt, wenn ich jetzt weitere Tinte da drauf gebe, wird das sehr unkontrolliert passieren. Und das ist wie so eine Nass-in-Nass-Technik. Das heißt, das Brushed Corduroy, das verteilt sich jetzt sehr unkontrolliert und viel, viel leichter als die Schichten da drunter. Ich mache das gerne so nass in nass, damit das wirklich so natürlich gerostet aussehen kann, natürlich gealtert und das nicht so eine Farbe neben der anderen steht. Aber, wenn ihr möchtet, könnt ihr das natürlich zwischendurch auch trocknen lassen. Oder wenn ihr das mit einem anderen Medium macht, was vielleicht Nass-in-Nass nicht so gut funktioniert, könnt ihr selbstverständlich das auch zwischendurch trocknen lassen. Wenn ihr das mal probiert mit diesen Tinten, werdet ihr feststellen, dass die erste Schicht die schwierigste ist, weil da fließt das noch nicht so gut. Da könnt ihr auch natürlich Wasser zur Hilfe nehmen, dass das sich ein bisschen leichter verteilen kann. Aber je mehr Lagen ihr da drauf gebt, desto leichter und schöner wird das eigentlich auch. Also, wenn ihr denkt, oh, habe ich hier schon ziemlich viel, das schaut aber immer noch nicht so gut aus, versucht mal, das übereinander zu lagern. So seht ihr auch, dass verschiedene Farben im Zusammenspiel nochmal einen ganz anderen Effekt geben können. Das sieht man bei dem Türkis hier ganz gut, von dem Cracked Pistachio, dass sich das mit den braunen Tönen vermischt ein bisschen. Teilweise bleibt es als einzelne Farbe so stehen, teilweise vermischt es sich und dadurch passt sich das meiner Meinung nach der Farbe von dem Schmetterling sehr gut an. Und deswegen bin ich da auch nicht, wer weiß wie, vorsichtig oder zurückhaltend, sondern ich gebe da drauf mehr und mehr und mehr Schichten. Ich meine jetzt nicht von der, nicht mehr Milliliter von der Tinte, ja, das meine ich jetzt nicht, sondern ich meine mehr Lagen einfach, sodass das Ganze einfach interessanter wird. Man kann natürlich auch zu viel drauf machen, ist ganz klar. Ihr werdet später noch sehen, dass ich da noch etwas verändere, weil mir das noch nicht ganz so gut gefallen hat, aber was für mich spannend ist, ist so dieses Herumexperimentieren. Genauso wie mit diesem Blatt hier gerade, weil ich versuche, hier an diesem unteren Rand noch etwas zu verändern. Vielleicht seht ihr, dass das Ganze so ein bisschen kippt, denn der untere Rand von diesem oberen Panel, der ist sehr nah an diesem Metallschild. Und ich habe das Gefühl, dieser untere Rand ist nicht breit genug, der ist nicht auffällig genug. Und deswegen habe ich mir diese Garnspulen genommen und habe gedacht, vielleicht kann ich die da irgendwie integrieren. Die sind auch gerostet, die passen also farblich wunderbar dazu. Und zuerst habe ich überlegt, ich brauche drei. Hier starre ich, also ich habe das schon geschnitten, das Video, da starre ich bestimmt eine halbe Stunde auf diese drei Dinger, weil ne, Barbara, hier, kreative Freundschaften, das ist manchmal voll das Desaster. Ich mache nur Spaß. Aber, wenn man so eine Idee im Kopf hat, drei Teile von einem sind gut, dann denkt man, Mensch, drei, drei, ich brauche hier drei. Und manchmal ist das gar nicht so gut. Ihr werdet sehen, ich werde nur zwei von diesen Spulen verwenden und das sieht auch gut aus. Ja, also rum experimentieren und rumprobieren und manchmal auch Regeln brechen ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt beschlossen, dass ich diese zwei Dinger hier unten so dran mache, dass das eine halb ist und das andere noch weniger als halb. Das hat sich gerade so ergeben, dass man das da drunter schieben konnte. Die Höhe von diesem Panel war gerade so, dass ich das da drunter schieben konnte. Das habe ich einfach mit Kleber festgeklebt. Das habt ihr jetzt gerade hier nicht gesehen, weil ich das rausgeschnitten habe. Und jetzt finde ich, hat das irgendwie mehr Boden. Das hat irgendwie so eine Basis. Nichtsdestotrotz stimmt irgendwas mit diesem oberen Panel und diesem Rand noch nicht so ganz. Deswegen nehme ich mir hier die Distress Crayon Ground Espresso. Ihr könntet theoretisch auch nochmal Refiller benutzen oder Acrylfarbe oder irgendwas anderes. und ich gehe jetzt erst mal, bevor ich mich um das mittlere Panel kümmere, um den ganz äußeren Rand. Das mache ich deshalb, damit zum einen diese Kante vor der Pappe nicht mehr so zu sehen ist, weil das habe ich ja einfach abgeschnitten und ist jetzt halt diese graue Pappe da zu sehen. Das schaut natürlich voll bescheuert aus. Deswegen färbe ich das ein und schmiere das auch ein bisschen auf den Rand. So kann ich mir jetzt schon mal den äußeren Rand besser vorstellen und kann dann entscheiden, wie ich weitermache. Und hier habe ich beschlossen, dass ich auch auf diesem Panel ganz oben von dieser Farbe etwas haben will, damit sich das noch mehr abhebt. Ich schmiere auch ein kleines bisschen von dieser Kreide auf die anderen Panels, aber nicht so viel wie auf dem oberen, weil ich möchte ja nicht, dass alle drei das gleiche Gewicht haben, optisch. Das darf nur ganz bisschen sein, meiner Meinung nach, dass es einen Zusammenhang bildet, aber dass es nicht zu rausstechend ist. Diese Crayon könnt ihr ganz einfach mit dem Finger verschmieren oder wenn das nicht so gut geht, weil es zum Beispiel gerade kalt draußen ist oder ihr kalte Finger habt, dann könnt ihr auch Wasser zu Hilfe nehmen und das dann ein bisschen so verblenden. Das habe ich hier teilweise getan, aber an manchen Stellen habe ich das auch sehr dick aufgetragen, sodass es wirklich sehr stark sichtbar bleibt und nicht zu stark verblendet ist. Ich habe mir auch noch Black Suit Distress Crayon genommen, also schwarz, sodass das Ganze noch ein bisschen auffälliger wird und ich habe mich erinnert, wir hatten, als wir die Panels gemacht haben, auch relativ viel schwarz verwendet und deswegen habe ich das hier eben auch so gemacht und ja, ihr seht schon, hier ist jetzt ziemlich viel. Ich wollte das so. Ich wollte, dass das richtig Kontrast hat auf diesem oberen Panel, aber was ich dann festgestellt habe, ist, dass mir die Ink zu stark in die Grid Paste reingelaufen ist. An diesem Rand sind zu wenig weiße Stellen übrig geblieben. Das kommt einfach durch meinen experimentellen Prozess und das ist auch, finde ich, vollkommen normal. Also, wenn du sowas hast und du denkst, das ist jetzt irgendwie hier blöd, gib nicht auf, sondern überleg, was du machen kannst, wenn du zum Beispiel wie hier jetzt sagst, ich brauche mehr weiß, mit welchem Medium kannst du das erreichen? In diesem Fall ist das Problem jetzt das Folgende. Man könnte jetzt denken, naja, man kann ja einfach nochmal Grid Paste nehmen, diese weiße, grittige Paste, also die körnige Paste und die da drüber schmieren, sodass man wieder weiße Stellen bekommt. Das geht aber in diesem Fall nicht, weil diese Grid Paste Gesso basiert ist. Das heißt also, da ist Gesso drin und dieses körnige Zeug. Die Tinte würde also mit der Zeit in die Grid Paste reinziehen und diese Grid Paste einfärben. Deswegen kann ich das da nicht drüber geben und ich wollte das auch nicht mit irgendwas versiegeln. Man könnte zum Beispiel auch Matt Medium oder Collage Medium oder sowas nehmen und das versiegeln. Das funktioniert in den allermeisten Fällen Medium gut, aber das zerstört die Optik von der Grid Paste und das gefällt mir überhaupt nicht, weil diese Grid Paste, die ist so richtig, ja, die fühlt sich auch rau an und die sieht rau aus und ich wollte mir diese Optik einfach nicht zerstören. Darum habe ich gedacht, was kann ich nehmen, das weiß ist, weiß bleibt, was ich da jetzt drauf machen kann, ohne mir das andere zu zerstören, aber so, dass ich kontrollieren kann, wo dieses Weiß hinkommt. Ganz einfache Lösung, weißes Embossingpulver. Das habe ich übrigens auch benutzt, um diese Stellen auf dem Panel da zu machen. Das ist auch der Grund dafür, warum das weiß geblieben ist. Denn wenn ihr Embossingpulver schmilzt, ist das ja so ähnlich wie Plastik, ne? Und da drauf, weil das so glatt ist, kann keine Tinte trocknen. Deswegen ist es da auch an den Stellen weiß geblieben auf dem Panel, wo das Embossingpulver schon vorher war. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme mir diesen kleinen Löffel hier. Elise, Dankeschön. Ich weiß schon, gleich habe ich wieder, wenn dieses Video online ist, habe ich danach gleich wieder eine WhatsApp-Nachricht. Da kriege ich so eine Sprachnachricht und da hört man dann folgendes. Oh, du hast ja meinen kleinen Löffel verwendet. Ja, habe ich, denn der ist sehr praktisch, um so Embossingpulver kontrolliert aufzutragen. Also nochmal Dankeschön für diesen Löffel, denn der hat mir schon sehr oft, ich will jetzt nicht sagen, das Leben gerettet, aber viele Projekte gerettet. Ich träufle mir das jetzt hier drauf, während die Tinte da drunter immer noch ein bisschen feucht ist. Das sorgt dafür, dass das Embossingpulver an diesen Stellen kleben bleibt. Ein kleines bisschen davon wird jetzt wegfliegen. Mit diesem Föhn hier, das ist das Ranger Heat Tool, fliegt nicht ganz so viel weg wie mit einem normalen Embossingföhn. Dieser Föhn wird sehr heiß, aber der bläst nicht so doll. Deswegen, wie ihr seht, hat das hier gerade wunderbar funktioniert. Und ich kann so die Stellen aufhellen, weiß machen, die ich gerne weiß haben möchte. Hier seht ihr das im fertigen Zustand. Und ich finde, das schaut tausendmal besser aus als vorher. Und ich bin total zufrieden damit. Und ich bin echt glücklich, dass ich das gemacht habe. Ein bisschen was von dem Pulver, wie gesagt, fliegt weg. Ich habe jetzt da so ein bisschen was auf meinem Tisch. Das spürt man richtig, aber kein Problem. Nimmst du einfach einen Swiffer und dann tust du das wieder wegswiffern. Oder Staubsauger gerade über den Tisch fahren. Das mache ich sowieso jeden Abend. Also von daher ist das jetzt nicht so das Problem. Das ist aber auf jeden Fall etwas, was dauerhaft weiß bleibt. Und deswegen bin ich da sehr glücklich drüber. Und die Struktur passt natürlich auch gut zu der anderen Struktur, die ich schon vorher da drauf war, wo ich auch schon Embossingpulver verwendet hatte. Insofern ist das ein ganz guter Zusammenhang, wie ich finde. Apropos Zusammenhang. Als letztes möchte ich jetzt hier noch ein paar weiße Spritzer drauf machen, um die Blumen noch so ein bisschen lebendiger werden zu lassen. Ich finde das immer ganz schön, wenn das so aussieht, als wenn da ein paar so kleine Pollen rausfliegen. An alle Pollenallergiker. Sorry. Ich glaube, das sind die einzigen Pollen, die ihr ertragen könnt. Es tut mir sehr leid. Aber ich finde das immer so schön, wenn das da so ein bisschen so raussprüht, obwohl das natürlich für gesundheitliche Probleme nicht gerade so geil ist. Aber ist ja in diesem Fall Gott sei Dank nur Farbe. Ja, so schaut das Ganze jetzt aus. Das ist mein fertiges Endergebnis sozusagen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen ermutigt, dass ihr sowas auch mal ausprobieren möchtet. Vielleicht habt ihr ein bisschen Inspiration gewinnen können für eins eurer eigenen Projekte oder mehrere vielleicht sogar auch. Vergesst nicht, euch Malis Video anzugucken, welches ihr auf eurem, ist klar, auf ihrem Kanal heute finden könnt. Entschuldigung. Der Link befindet sich unten in der Infobox. Ich bin sehr gespannt, ob ihr Ergebnis so geblieben ist, wie dieser Zwischenstand, den ich gesehen habe oder ob sie ihren Mind noch mal geändert hat. Wie sagt man? Ihre Meinung? Ihr wisst schon. Tschüssi Kowski. Ah.